GeldCast, der Geldpolitik-Podcast mit Fabio Canetsch, präsentiert von Swissinfo.ch Herzlich willkommen, liebe Geldcasterinnen, liebe Geldcaster. Heute bei mir zu Gast ist Cornelia Mayer. Sie ist eine gefragte Ökonomin, Unternehmensberaterin und Energieexpertin. Und die Schweiz ist in diesem Geschäft eine Weltmacht. Rund 30 Prozent aller weltweiten Rohstoffgeschäfte laufen über die Schweiz. Jetzt, darüber müssen wir reden, ein Jahr nach der russischen Invasion in der Ukraine. Ich möchte von Cornelia Mayer wissen, was für Leute arbeiten eigentlich bei Schweizer Rohstoffhandelsfirmen? Wie funktioniert der internationale Rohstoffhandel? Und wer profitiert eigentlich genau von den Handelsgewinnen? Und natürlich möchte ich auch noch etwas zur Person Cornelia Mayer erfahren. Ich freue mich darum sehr, dass Sie heute mein Gast sind. Herzlich willkommen, Cornelia Mayer. Danke sehr. Sie sind ja erst gerade zurück aus Saudi-Arabien, haben Sie mir gesagt. Sie waren dort beruflich an einer Konferenz. Viele von uns kennen das Land Saudi-Arabien nur aus den Medien. Nehmen Sie es mal mit. Wie müssen wir uns dieses Land vorstellen? Wie ist Saudi-Arabien? Es ist ein tolles Land. Ich liebe Saudi-Arabien sehr. Und es ist ein Land, das ganz extrem im Aufbruch ist. Es ist ein Land, das während Jahrzehnten immer von einer sehr alten Generation geführt wurde. Dass auch seit 1980, als es diesen Aufstand gab in Mekka, die religiöse Polizei sehr, sehr stark dort war und mit dem neuen Kronprinzen, der die Generation der Masse ist. Weil das Land ist zu 70 Prozent, ist es unter 30 Jahre alt. Wenn es jemand von dieser Generation ist, da wurden so viele Liberalisierungen im sozialen Bereich durchgeführt, eines der besten Länder gegenwärtig Frau zu sein. Weil man wird gepusht, die wollen Frauen in verantwortungsvollen Positionen. Also mit dem, es ist ein Land im Aufbruch. Es ist ein Land, das wegen den hohen Rohstoffpreisen auch ein gutes Budget hat und sich viel leisten kann. Also es geht sehr, sehr viel. Wie ist denn das beruflich ganz konkret? Sie hatten diese Konferenz dort, Sie haben ganz viele wichtige Leute getroffen aus der Rohstoffbranche. Sie haben Politiker, Politikerinnen getroffen. Was ist anders an so einer Networking-Konferenz, wenn Sie das vergleichen, wenn das in Saudi-Arabien stattfindet oder wenn das irgendwo hier bei uns in Europa oder in den USA stattfindet? Was ist der grösste Unterschied? Es ist schon so, ich war beim Internationalen Energieforum und das ist die Energieorganisation mit den meisten Mitgliedstaaten. Und deshalb war es sehr breit und ich habe sehr viel Zeit zum Beispiel mit dem pakistanischen Energieminister verbracht. Was wichtig ist, weil Pakistan hat gegenwärtig sehr viele Schwierigkeiten, sein Flüssiggas zu erhalten, weil wir Europäer mit teuren Preisen Ihnen das vor der Nase wegkaufen. Wir kaufen das jetzt, weil wir kein russisches Gas mehr kaufen wollen. Pakistan hat darum jetzt ein Problem, weil sie die hohen Preise zahlen müssen auf dem Weltmarkt. Wie wurde dieses Gespräch eingefädelt? Hat man Sie da angerufen aus Pakistan und gesagt, Frau Mayer, unsere Energieminister möchte Sie gerne treffen? Nein, er war an der Konferenz und ich war vor vielen Jahren mal bei der Asiatischen Entwicklungsbank und ich habe das Pakistan-Programm geleitet. Also ich habe die sämtlichen Kredite nach Pakistan, der Asiatischen Entwicklungsbank in den frühen 90er Jahren gingen über mich. Also kenne ich das Land recht gut und die Energieleute kennen mich schon und so haben wir dann angefangen miteinander zu sprechen. Also das war sehr gut. Ich finde Saudi-Arabien ein sehr herzliches Land. Ich bin sehr gerne dort. Ich war noch an einer anderen Konferenz, wo ich die Möglichkeit hatte, Mark Möbius, den grossen Investor für Emerging Markets, also einer der ersten Investoren für Emerging Markets zu moderieren. Und das war auch sehr toll. Also ich finde es sehr herzlich. Ich fühle mich sehr wohl. Also wenn ich die Wahl habe, nach Saudi-Arabien zu gehen oder in die USA, sei es für mich klar, dann geht es nach Osten. Sie sprechen sehr positiv über Saudi-Arabien und Sie haben mich auch, wir haben das abgemacht, dass ich das so sagen darf, vor diesem Gespräch angerufen und gesagt, Herr Kanetsch, das wird ein wunderbares Gespräch. Ich freue mich sehr, aber ich möchte kein Saudi-Bashing machen. Ich möchte nicht ganz gross über die Missstände reden, die in Saudi-Arabien immer noch Tatsache sind. Wieso? Also ich würde sagen, Missstände sind eben aus westlicher Sicht, gibt es sicherlich sehr viele Missstände. Aber wenn sie sich in die Schuhe der jungen Bevölkerung setzen, dann ist das so viel besser geworden. Die können jetzt ins Kino gehen. Es gibt jetzt eine ganze Stadt, Kadir, zur Unterhaltung. Die müssen nicht mehr nach Dubai gehen, wenn sie feiern wollen. Also für die ganzen jungen Leute. Und das sind eben, wie gesagt, das sind 70 Prozent der Bevölkerung, ist es so viel besser und so viel liberaler geworden, dass ich da schon ein bisschen Mühe habe. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo in der Schweiz bin, zieht man über Saudi-Arabien her und ich bin der Chefverteidiger. Ich finde das auch interessant, Ihre Perspektive zu hören. Sie waren dort, Sie kennen das Land, Sie waren vor Ort. Ganz eine spannende Perspektive. Trotzdem vielleicht meine Nachfrage noch. Können Sie verstehen, dass einzelne Leute das zynisch finden? Zum Beispiel Leute, die homosexuell sind in der Schweiz und wissen, dass ihre Brüder und Schwestern in Saudi-Arabien nicht so frei leben können wie sie? Ja, ich würde sagen, vielleicht sehen Sie das schon als zynisch. Aber vergleichen Sie müssen, auch ein Land geht in eine Richtung. Und wenn Sie sehen, in welche Richtung das Land geht, geht es in der richtigen Richtung. Und wir können nicht alles so normativ mit westlichen Standards sehen. Es ist nicht alles eine Schweiz. Trotzdem, die Rechte der Homosexuellen würden Sie nicht hinstehen und sagen, die sollten universell gelten, auch in Saudi-Arabien. Ja, ich würde sagen, das müssen die Saudis unter sich ausmachen. Also ich gehe nicht hin. Ich bin nicht der Prediger, der jemandem sagt, was er zu tun hat. Die sollen das unter sich ausmachen. Ich bin sehr dafür, dass alle gleiche Rechte haben. Aber wer bin ich, jemandem zu sagen, wie er sein Land zu organisieren hat? Cornelia Mayer, jetzt haben wir doch ein bisschen über Saudi-Arabien gesprochen. Ich möchte zurückkommen auf Sie, auf Ihre beeindruckende Karriere, auf Ihr Wissen. Sie sind Expertin für Energiefragen. Sie kennen sich zum Beispiel sehr gut aus mit dem Erdölmarkt. Was fasziniert Sie so sehr an diesem Wirtschaftssektor? Das ist der grundlegendste Sektor, den es gibt, weil ohne Energie geht eigentlich nichts mehr. Wir brauchen Energie, um uns zu bewegen. Aber wir brauchen auch Energie, um Güter zu transportieren, Lebensmittel zu transportieren. Wir brauchen Energie, um Dünger herzustellen, damit wir überhaupt Agrikulturprodukte herstellen können. Also ohne Energie geht es nicht. Es ist einer der fundamentalsten, vielleicht neben Finanzen, weil irgendwie muss die ganze Sache ja noch finanziert werden. Neben der Finanzen ist es so ziemlich der grundlegendste Sektor, den es gibt. Wie hat diese Faszination denn angefangen? Wie sind Sie da reingerutscht als junge Frau? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Ich fand es sehr schwierig, eine Frau zu sein in der Schweizer Wirtschaft. Deshalb habe ich auch in Japan doktoriert, weil ich irgendwie dachte, ich müsste aus der Schweiz rausgehen. Was war da so schlimm, wenn ich kurz nachfragen darf? Sie hatten wirklich keine Perspektiven, keine Berufsperspektiven. Da habe ich mir gesagt, im Erdölmarkt, das ist so ungefähr der Markt, wo es keine Schweizer gibt, da habe ich vielleicht mehr Chancen. Also um das ganz klar zu sagen, das ist jetzt so viel besser geworden. Und ich bin so stolz auf die Schweiz und so froh für meine Schwestern, die jetzt 30 sind oder 25 sind, die wirklich eine Perspektive haben. Weil zu meiner Zeit war das eben nicht so und vor allem nicht für Leute, die wie ich ein bisschen ruppig und aggressiv sind. Es ist für die Leute, die viel lächeln, war das sicherlich besser. Aber eben wie gesagt, wenn sie Kompetenz wollen, sind sie am rechten Ort. Wenn sie schauen wollen, sind sie am falschen Ort. Sie sind dann nach Japan gegangen. Wie war diese Zeit? Sie war sehr fordernd, aber sie hat mich auch sehr gefördert. Ich habe dort doktoriert und ich war dann Beraterin eines Politikers, der Außenhandelsminister wurde. Der wurde später noch Premierminister. Und das war natürlich für einen Ökonomen die Beraterin zu sein des Landes. Zu der Zeit war Japan die grösste Handelsnation der Welt. Für einen Ökonomen Beraterin zu sein des Ministers, der die grösste Außenwirtschaft dirigiert. Das war wie ein Kind, wie man so schön sagt, ein Child im Kuchenladen oder im Cookie-Laden. Ja, genau. Dort, wo es die Gummibärle gibt. Überall kann man da rausschöpfen mit diesen kleinen Schaufeln. Da haben Sie viel gelernt, auch über die Rohstoffbranche. Und Sie haben es schon angetönt. Das ist ein super wichtiger Sektor. Wir sind alle froh, dass wir das haben. Wir brauchen Erdöl, Erdgas, alle in irgendeiner Form. Und ein Drittel dieses Handels, je nach Zahlen, je nachdem, welche Quellen man heranzieht, läuft über die Schweiz. Und wir merken also da ziemlich direkt, wenn irgendetwas schiefläuft auf diesem Markt. Und die ganz grosse Erschütterung zuletzt gab es ja vor ziemlich genau einem Jahr. Am 24. Februar 2022 hat Russland die Ukraine überfallen. Mögen Sie sich erinnern an diesen Morgen, als Sie wach geworden sind und von dieser Invasion erfahren haben? Was haben Sie da gedacht? Ja, ich wurde von der BBC geweckt, weil die mich am Fernsehen wollten. Also habe ich das, weil sie eine geopolitische Einschätzung wollten. Also kann ich mich sehr gut daran erinnern, weil das war sehr früh am Morgen. Und was passiert ist, ist, wir haben sehr viele dieser Handelsflüsse. Die Handelsflüsse wurden total umgepolt, nicht wahr? Mit den ganzen Embargos ist es so, dass das russische Öl jetzt nach China, nach Indien und in die Türkei fließt und wir dann mehr Öl vom Mittleren Osten und so weiter kriegen. Lustigerweise fließt auch russisches Öl nach Indien, wird dort raffiniert und dann kommt der Diesel des raffinierten als indischer Diesel wieder zu. Und solche Dinge gibt es immer auch. Aber das sind Riesenumstellungen und Riesenspagate, die man da gehen musste. Und ich bin sehr beeindruckt, wie das Europa geschafft hat. Ich bin vor allem sehr beeindruckt, wie das Deutschland geschafft hat, weil die haben wirklich von keinem Gas mehr. Die waren zu fast 60 Prozent abhängig vom russischen Erdgas. Und die haben sich jetzt umgepolt auf Flüssiggas und die haben in Nullzeit, in absoluter Nullzeit, diese Empfangsterminal für das Flüssiggas aufgebaut. So etwas hat man noch nie gesehen. Das ist alles gekommen nach der Invasion. Das hat auch ein paar Tage oder Wochen gebraucht, bis diese Embargos hochgezogen wurden, bis man gesagt hat, wir kaufen kein russisches Öl mehr. Aber vielleicht nochmals zurück zu diesem 24. Februar 2022. Was war da der erste Gedanke der Energieexpertin Cornelia Mayer? Haben Sie das alles schon gesehen, dass das kommen wird? Ich habe gehofft, wir kommen um zu starke Embargos rum, weil ich Angst hatte, dass wir Europäer nicht versorgt werden können. Und ich meine, ich war vielleicht zu ängstlich. Ich habe das zu schwarz gesehen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich gewisse Kunden von mir anschaue, die in Aluminium, Stahl und so weiter investieren, die sagen, liebe Europäer, wenn ihr eure Energiekrise nicht löst und zwar nicht schnell löst, ich kann in Asien investieren, wo die Arbeitskräfte billig sind oder in Amerika, wo die Energie billig ist. Ich muss nicht in Europa investiert sein. Also macht es mir immer noch ein bisschen Angst um europäische Arbeitsplätze und um die hatte ich auch sofort Angst. Wirtschaftlich war dieser Krieg, so zynisch es klingen mag, auch ein riesiges Geschäft für einige Firmen. Wenn wir über Erdölfirmen nachdenken, das russische Öl war plötzlich nicht mehr auf dem Markt, nicht mehr zu so grossen Mengen, zumindest in Europa nicht. Der Ölpreis ist in wenigen Wochen gestiegen, von 80 Dollar auf über 120 Dollar. Das ist eine extreme Verdoppelung. Wem gehören diese Gewinne, die die Erdölfirmen damit gemacht haben? Ja, aber es ist ja nicht nur, es ist ja wieder runtergekommen. Also wir sind ja jetzt wieder wesentlich tiefer. Trotzdem, die Gewinne der Erdölfirmen im letzten Jahr waren extrem hoch, viel höher als in anderen Jahren. Sie müssen jetzt auch unterscheiden zwischen Erdölfirmen und dann auch den Handelsfirmen. Und die Erdölfirmen, also die Gewinne gehören natürlich den Firmen, die gehören den Aktionären. Und bei den Erdölfirmen habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, wenn man sofort von Windfall Taxes spricht. Also von Zufallsgewinnen. Windfall Taxes, das sind die Steuern, die Sondersteuern, die Sonderbesteuerung. Die Sonderbesteuerung auf den Zufallsgewinnen. Da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, weil wir wollen ja, dass diese Erdölfirmen investieren. Und wir wollen, dass diese Erdölfirmen, viele von denen, gerade in Europa, wollen ja vom Erdöl mehr und mehr wegkommen und wollen in erneuerbare Energien investieren. Wir müssen den Leuten die Möglichkeit geben, zu investieren, damit wir genügend Energie haben für die Bevölkerung. Verstehe ich Sie richtig? Wenn man jetzt diese Gewinne, nennen wir sie Zufallsgewinne, weil ich habe ein Zitat hier vorbereitet von Michael Graf, Professor Andréta, der sagt, man müsste jetzt diese Zufallsgewinne besteuern. Wenn man das machen würde, diese Gewinne besteuern, sagen Sie dann, dass die Investitionen in diesem Bereich zusammenbrechen würden bei uns? Es würde weniger Investitionen geben. Und wir müssen schon sehen, wir haben während der Covid-19, gab es ja mal eine Zeit, wo Erdöl, also gab es einen Tag, wo WTI, die amerikanische Sorte, in den negativen Bereich kam. Das wäre der 21. April, werde ich nie vergessen. Die haben nach sehr lange, hatten sie eine Durststrecke. Und das ist so, beim Rohstoff ist es so, das ist nicht bei den Händlern, aber bei den Firmen, das ist so ein Boom to Bust. Da geht es, das ist ja auch in der Elektrizitätswirtschaft sogar, gibt es von sehr wenig bis Negativwirtschaften zu sehr viel. Das geht hoch und runter, das ist so ein Jojo. Die Erdöl-Händler, das ist anders, weil Händler verdienen immer und die Händler lieben Volatilität. Volatilität, das ist ja das Lebensblut eines Händlers, die Volatilität. Wir kommen auch auf die Händler zu sprechen. Der Handel, der ja zu grossen Teilen auch aus der Schweiz organisiert wird. Wir pumpen kein Öl aus dem Boden, aber wir sind involviert in diesem ganzen Geschäft über den Handel. Da kommen wir noch darauf zurück. Ich möchte noch kurz bei diesem Erdöl bleiben. Dieses Erdöl, wir haben ja alle ein ambivalentes Verhältnis zu diesem Erdöl. Wir alle wollen eine warme Stube, wir wollen einen gefüllten Autotank und gleichzeitig wollen wir das Klima nicht an eine Wand fahren. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Waren Sie schon mal an einer Klima-Demo? Ich war noch nicht an einer Klima-Demo, aber ich war natürlich bei der COP27. Ich habe die Klimakonferenz. Die Klimakonferenz. Ich habe dort den Content für die Islamische Entwicklungsbank zusammengestellt. Ich war sehr wohl und habe sämtliche Side-Events zusammengestellt und moderiert. Und ich bin nicht unbedingt ambivalent. Ich sage mir, gut, erstens müssen wir schauen, dass die Leute genügend Energie haben. Wir werden nicht ganz um Öl und Gas, vor allem auch nicht um Gas rumkommen, vor allem nicht in Entwicklungsländer. Überlegen Sie sich, dass bis 2050 haben wir zwei Milliarden Menschen mehr auf dieser Erde. Die brauchen alle Energie. Und die sind vor allem auch in Afrika und in Südasien. Aber wenn Sie keine Energie haben, wenn Sie Energiearmut haben, wir haben gegenwärtig etwa 700 Millionen Menschen, die auf der Welt in Energiearmut leben. Wenn Sie Energiearmut haben, da ist das nämlich gar nicht klimafreundlich. Wann gehen Sie die Wälder abholzen? Dann verbrennen Sie Kuhfladen, um zu kochen und so weiter. Und das ist ein Riesen-Methan- und CO2-Ausstoß. Also es ist nicht unbedingt so, dass wenn Sie kein relativ gutes Gas mehr haben, also klimafreundliches Gas mehr haben, dass dann alles gut ist. Und wir können nicht alles nur mit erneuerbarer Energie betreiben. Wir können viel mehr mit erneuerbarer Energie betreiben. Aber wie gesagt, plus zwei Milliarden Menschen, da müssen wir schon ein bisschen weiter denken. Ich habe das Gefühl, es tönt so ein bisschen raus, dass Sie die Klimastreiken ein bisschen naiv finden mit Ihrem Netto-Null-Ziel bis 2030 oder global bis 2050. Ich würde sagen, wenn Sie Netto-Null erreichen wollen, ist es nicht unbedingt das Schlimmste, was Sie erreichen können. Aber es geht ja nicht nur darum, dass wir nicht mehr Öl, nicht mehr Gas brauchen, dass wir nur noch Erneuerbare brauchen. Weil da können wir schlichtweg nicht genügend produzieren. Man muss auch dekarbonisieren. Und da muss man sich überlegen, wie dekarbonisieren wird. Da gibt es Carbon Capture Utilization and Storage. Und das ist gerade, wenn Sie Wasserstoff herstellen wollen, ist das vielleicht vernünftig. Und ich schaue mir wieder Saudi-Arabien an. Ich weiß, das wird Sie nicht so freuen. Es geht nicht um mich. Aber die haben jetzt gesagt, für jedes neue Gaskraftwerk wird CCS angeschlossen haben. Also es geht kein einziges Molekohl, das ist Carbon Capture Utilization und so. Da nimmt man das CO2 und pumpt es in die Erde hinein. Und die haben gesagt, man kann es in die Erde pumpen, man kann es aber zum Beispiel auch wiederverwenden und in Materialien umwandeln. Zum Beispiel Baumaterialien und so weiter. Und die haben gesagt, ab jetzt gibt es kein einziges Gaskraftwerk mehr, das nicht voll das CO2 abgezweigt wird. Also Technologie vielleicht als Lösung für die Klimaprobleme, die wir haben. Als ein Teil der Lösung. Es gibt nie, wie man so schön sagt, there is no one silver bullet. Es gibt nie nur eine Lösung. Aber ein Teil der Lösung muss Technologie sein und muss eine Offenheit gegenüber vielen Technologien sein. Ganz eine spannende Sache. Ich finde die Einblicke aus Ihrer Perspektive sehr spannend. Sie sind sehr tief drin im Thema, das merkt man. Ich möchte jetzt auch noch über diesen Rohstoffhandel sprechen, wie angekündigt. Der Rohstoffhandel, der über die Schweiz läuft. Die kleine Schweiz ist ja der weltweit grösste Player in diesem Rohstoffhandel. Hier seinen Sitz hat zum Beispiel die Firma Vitol. Das ist gemäss Bloomberg die grösste Erdölhandelsfirma der Welt. Und ich habe das nachgeschaut. Die handelt pro Jahr mit etwa so viel Öl, wie die fünf grössten Volkswirtschaften in Europa pro Jahr verbrauchen. Das ist unglaublich viel Öl, die in irgendeiner Art und Weise durch die Finger dieser Firmen gehen. Lassen Sie mich kurz umreißen, was diese Firma macht. Die hat ihre Büros in Genf. Und dort sitzen Menschen und die kaufen irgendwo Öl ein. Die kaufen vielleicht in Saudi-Arabien oder in Iran die Öl ein, aber nicht für sich selbst. Die verkaufen das weiter nach Kanada, irgendwo hin. Also in Iran kaufen sie schon mal gar nicht ein, weil das hat wieder Sanktionen. Genau, die Sanktionen kommen dann noch ins Spiel. Da kommen wir eben noch drauf. Und wo sie Geld verdienen, diese Handelsfirmen in der Schweiz, ist beim Einfädeln dieses Kaufs, des Verkaufs und des Transports usw. Das ist eine ganz komplizierte Industrie. Wieso aber ist die Schweiz so attraktiv für diese Firmen, für diese Rohstoffhandelsfirmen? Ja, wir haben eine gute Plattform geschaffen. Und das kam schon relativ früh zustande, als man für Cargill, als man Cargill nach Genf holen wollte, das ist ein Getreidehändler oder ein Lebensmittelhändler. Und da hat man ein vernünftiges regulatorisches System aufgebaut. Was ist das für Sie, ein vernünftiges regulatorisches System? Es ist nicht für mich das vernünftige System, es ist für Sie ein System, mit dem Sie leben können und wo Sie steuerlich einigermassen gut dastehen. Also tiefe Steuern, ist das, was Sie sagen? Tiefe Steuern und auch ein nicht zu komplexes System. Auch wenn die Steuern tief sind und Sie viele, viele Leute einstellen müssen, um das Ganze auszurechnen, dann funktioniert das ja auch wieder nicht. Und mit dem ist es so gekommen. Und ja, es stimmt, die Public Eye, die haben ja ihren eigenen Blickwinkel auf diese Sache, aber sie recherchieren immer sehr genau. Die haben gesagt, dass die Schweiz 2021 einen Wert von 58,5 Milliarden Dollar mit diesem Handel erzielt hat. Und das seien 8 Prozent des Bruttoinlandproduktes. Das ist also fast so viel wie der Finanzsektor, der etwas über 9 Prozent ist. Aber viel weniger in den Köpfen, das hat mich schon fasziniert. Jeder weiss, jede weiss, Bankenversicherungen in der Schweiz sind gross weltweit. Dass der Rohstoffhandel über die Schweiz läuft, das läuft so ein bisschen unter dem Radar. Und da habe ich mich gefragt, jetzt haben wir diese sanktionierten Länder wie Russland, wie Iran, Sie haben das schon angetönt. Helfen da die Schweizer Rohstoffhandelsfirmen auch mit, diese Sanktionen zu umgehen? Dann müssen Sie die Rohstoffhandelsfirmen fragen. Die sind ja auch aktiv in Amerika und in England und so weiter und in der EU. Also werden sie sehr vorsichtig sein, weil gerade Amerika und gerade wenn es Iran angeht, da kommen ja dann die Sekundärsanktionen ins Spiel, wenn man da mit iranischen Gütern handelt, also über den Finanzsektor. Deshalb sind sie sicherlich vorsichtig. Die meisten dieser Firmen sind ja nicht quotiert an der Börse. Mit dem kommt man nicht so an die Bilanzen und die Erfolgsrechnungen an. Sie sind heute reingelaufen hier ins Studio bei Swissinfo an der Schwarztorchstrasse 21 sind wir hier in Bern und haben gesagt, diese ganze Branche ist eine Blackbox. Man zieht da einfach nicht so gut rein, das ist extrem schwierig zu beurteilen, wer da was macht. Müsste die Schweiz vielleicht politisch ihre Macht nutzen, die sie hat, weil diese Firmen in der Schweiz sind, um da Druck machen, um mehr Transparenz in dieses System reinzubringen? Ich bin da nicht unbedingt dafür, weil man kann das schon machen. Ich würde sagen, eine Aufsichtsbehörde ist sicherlich nicht eine schlechte Sache. Wir haben ja die FINMA. Also dass man schaut, dass es nicht Exzesse gibt. Ja, aber dass man etwas eine FINMA-Light für das machen würde, das wäre vielleicht schon vernünftig. Wieso nur Light? Wie können Sie die FINMA, dass die Börsengeschäfte der Banken, die Handel der Banken, die sind öffentlich quotiert, die sind an Börsen quotiert. Das können Sie leichter anschauen als das ganze Ding. Aber Sie müssen sich auch ganz klar sehen, dass wenn zwei sich streiten, dann lacht immer der Dritte. Also wenn die Rohstoffhändler, diese grossen Firmen und der schweizerische Staat sich streiten, dann sind die Nullkomma plötzlich in Dubai, wo man sich sofort aufnimmt. Und ich würde sagen, da sind wir sehr wahrscheinlich immer noch besser dran in der Schweiz, wo es doch noch gewisse regulatorische Normen gibt. Gut ausgebildete Leute arbeiten dort, die profitieren natürlich, die haben Arbeitsplätze. Das ist eine supergute Sache für die Leute. Die Schweiz profitiert aber auch. Wie? Das wollte ich Sie gerade fragen. Sind Sie schon wieder schneller gewesen als ich? Wie profitiert die Schweiz etwa, der irgendwo in einem Kulturkino arbeitet oder in einem Hallenbad am Kioske arbeitet, wie profitiert der oder die davon, dass jetzt ein Drittel des weltweiten Erdwählhandels über die Schweiz läuft? Also ich weiss nicht, woher Sie den Dingen ein Drittel nehmen. Das ist auch als Public Eye. Ich weiss auch als Public Eye. Deshalb bin ich immer vorsichtig. Ich finde Public Eye ist toll, aber ich bin immer vorsichtig mit den Zahlen. Streiten wir nicht über Zahlen. Es ist ein grosser Teil. Wie merken Sie diese Leute, dass dieser Handel nicht weiss läuft? Gehen Sie mal nach Zug, gehen Sie mal nach Gent. Wenn Sie der Kinokontrolleur in Zug sind, dann sehr, sehr viele der Leute, die zu Ihnen erschöpft am Abend nach einem schweren Handelstag ins Kino kommen, sind Rohstoffhändler. Wenn Sie der Koop sind, die müssen ja schliesslich essen, dann kaufen die dort ihr Gemüse ein. Also wie immer, Arbeitsplätze schaffen mehr Arbeitsplätze, weil die Leute konsumieren. Und wenn die Leute gut verdienen, dann konsumieren sie eben mehr. Sollte die Politik mehr auf diesen Rohstoffhandelssektor achten, noch bessere Bedingungen schaffen für diesen Sektor, weil das eben positive Auswirkungen hat, auch auf andere Sektoren? Nein, ich würde sagen, sie sollten schon ein bisschen unter die Lupe nehmen. Da bin ich jetzt mit Public Eye einverstanden, wenn sie sagen, wir wollen eine Aufsichtsbehörde. Aber sie sollte sich bewusst sein, dass Arbeitsplätze ein hohes Gut sind, ein sehr hohes Gut sind. Und gerade während einer Energiekrise, wo man nicht weiss, wie es mit der Wirtschaft überall weitergeht, dass wir das halten, weil sie müssen sich bewusst sein, so etwas, das ist nicht wie ein Stahlwerk, das sie abbauen müssen und sonst wo aufbauen können. Da nehmen sie ihre Händler, setzen die ins Flugzeug, richten eine nette Plattform in Dubai ein und voilà, ist sie nicht mehr hier. Also wir müssen uns auch bewusst sein, dass Arbeitsplätze und eine funktionierende Plattform ein hohes Gut sind und dass wir, wenn wir das vernünftig gestalten, einen positiven, doch, wenn wir auch die gewissen Aufsichtsmaßnahmen haben, einen guten Einfluss haben können global. Cornelia Mayer, wir sind schon fast am Schluss unseres Gesprächs. Wir haben angefangen in Saudi-Arabien, wo sie erst gerade beruflich zu tun hatten. Wir haben über Netto Null gesprochen, über dieses Spannungsfeld zwischen Energiesicherheit und Klimawandel und zuletzt jetzt auch noch darüber, wie die Schweiz profitiert von diesem Rohstoffhandel oder diesen Rohstoffhandelsfirmen. Wie erwartet, sehr ein lehrreiches Gespräch, sehr ein spannendes Gespräch. Ich möchte jetzt zum Schluss nochmals zurückkehren zu ihrer regen Reisetätigkeit, zuletzt den Saudi-Arabien. Sie kommen rum, sie gehen in ganz viele Länder, sie sehen ganz viele Kulturen. Wenn Sie einen Tag auswählen müssten, einen Tag, den Sie im Ausland verbracht haben, einen Tag, der Ihnen wichtig ist, der Ihnen geblieben ist, welchen Tag kommt Ihnen da in den Sinn? Ich würde sagen, das wäre der Tag, als ich in Amerika gelebt habe und Company Officers eines der entscheidenden Leute in der General Electric, in der G-Energy wurde. Das war damals für eine Frau, vor allem für eine Schweizerin, fast nicht möglich. Das war für mich irgendwo beruflich der glücklichste Tag meines Lebens. Erzählen Sie uns ein bisschen mehr davon. Wie haben Sie davon erfahren? Wie haben Sie das gefeiert? Was war so speziell daran? Ich wurde von Jack Welch eingerufen und habe gesagt, du gehörst jetzt zu den 150 Hösen. Das waren eine 500'000-Leute-Firma. Das war die «most endangered species». Wenn irgendwo in Ihrem Geschäftsbereich ein Fehler passiert, da waren Sie weg vom Fenster. Das war auf der einen Seite ganz toll, auf der anderen Seite wusste man, dass man auf einem Schleudersitz sitzt. Und sind Sie geschleudert? Nein. Sie sind nicht geschleudert. Das hätte mich auch überrascht. Sehr, sehr spannend. Sie haben eine grossartige Karriere hingelegt. Sie waren jetzt hier bei mir im Geldcast. Ich bin auch ein bisschen stolz darauf. Wir haben viel von Ihnen gelernt. Danke, dass Sie die Zeit genommen haben. Danke, dass ich zu Ihnen kommen durfte. Und danke auch Ihnen, liebe Geldcasterinnen und Geldcaster zu Hause, fürs Einschalten. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, folgen Sie mir gerne auf den sozialen Medien. Sie können den Geldcast auch abonnieren. Tun Sie das gerne und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heisst, Das ist der Geldcast von Swissinfo.ch Geldcast, der Geldpolitik-Podcast mit Fabio Canetsch. Präsentiert von Swissinfo.ch Ich bin jận nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. imbans. -